herzlich willkommen zu diesem video in dieser folge gibt es die auflösung wer die challenge rahmen gewonnen hat außerdem verkündigt am ende des videos auch noch das neue thema der nächsten challenge nummer 6 ich komme gleich auf den punkt weil ich weiß ihr sitzt wie auf kohlen wollt unbedingt wissen wer diesmal das rennen gemacht hat wir hatten ja neun bilder in der vorauswahl die lasse ich jetzt mal ganz kurz noch mal abspielen damit ihr seht wen ich hier rausgepickt habe aus diesen über 200 einsendungen vielleicht waren es auch 300 ich weiß es gar nicht mehr es war wahnsinnig das thema ist echt gut angenommen worden und ich hoffe auch tatsächlich dass allen die mitgemacht haben dass sie sich auch weiterentwickelt haben dass sie den blick für einen rahmen bei zukünftigen bildern gewonnen haben denn es ist unheimlich wichtig jetzt draußen im frühjahr habt ihr so viele möglichkeiten mit dem grünen laub weil jetzt kommt es schöne rahmen zu generieren um euer perfektes foto zu schaffen gehen wir jetzt aber zunächst mal rein in die neuen besten bilder ralf zahl hat ihren frankfurt abgeliefert thomas richter war am olympiastadion hat der lümbiaturm aufgenommen dennis sänger war in köln daniel bucher ich glaube das war luzern die holzbrücke sven neumann oben im norden maximilian kellen in diesem sagenwobenen park ich weiß nicht wie man ihn ausspricht misst er in potsdam dann haben wir den bernhard krüger mit einem coolen bild aus berlin von dem motel one vor allem die perspektive fand ich da besonders gut der bernd müller hat hier abgerockt mit dem tauben mann also da hat er ewig darauf gewartet bis dann mensch mit einer gelben jacke durch gelaufen ist gelbes t shirt habe ich ja und da hätte ich da sein sollen und der thomas braas hat ein wunderschönes naturfoto gemacht am see mit dieser holzhütte und jetzt seht ihr erst mal die abstimmung ich habe hierbei mir wirklich alle kommentare durchgelesen bin die nach und nach durchgegangen habt ihr alle in eine excel liste reingeschrieben abgetippt und ihr seht was jetzt hierbei herausgekommen ist also war auch ziemlich eindeutig von anfang an wer hier das rennen macht aber ich möchte jetzt einfach mal die ersten drei küren und platz nummer drei hat der ralf abgerockt hier mit seinem frankfurt bild es lohnt sich auch wirklich beim ralf mal auf sein instagram account zu schauen schaut euch ralf zahl seinen account an den blende hier auch ein er hat die alle bilder die hier auch insgesamt postet auf seinem kanal haben alle so dieselbe bildsprache also es ist ein cooler style und macht auf jeden fall mal sinn sich das mal anzuschauen zum sieger foto an sich ich habe schon gesagt die perspektive finde ich einfach den hammer und eine parkbank mit der kamera zu gehen um so ein bild zu machen da gehört schon echt viel dazu ich glaube auch ralf dass du dann da ein klappdisplay gehabt das weil ohne kannst du das nicht abbilden was ich erstaunlich gut finde ist auch wie scharf die bank ist also man kann das ffm oben im bildbereich im obersten drittel gut lesen frankfurt da weißt du wo es ist und die wolkenkratzer da im hintergrund sind auch knackscharf also mit welcher blende du da fotografiert hast weiß ich nicht aber ich finde es echt wirklich sehr sehr gut gelungen und völlig auch völlig verdient auf dem dritten platz richtig coole nummer ralf vielen dank für deine einsendungen so jetzt kommen wir zu platz nummer 2 und zwar zum dennis sänger er hat hier in köln die hohen zollernbrücke fotografiert er hat hier ja diese s bahn oder die die oder den zu richtig geil mit color king rot herausgestellt hat alles andere im schwarz weiß ton belassen also ist halt auch ein geiler geiler shot gewesen auch so dieses loch da im zaun zu finden du siehst echt dieser shot war geplant und er war durchdacht und erfüllt meiner meinung nach das thema rahmen sehr sehr gut also toll gemacht und auch hier von dennis habe ich ein instagram account schaut euch die bilder an von ihm und folgt ihm wenn ihr möchtet um weitere inspirationen zu kriegen für die stadtfotografie er ist hier aus köln hat dementsprechend auch viele spots in köln abgelichtet dennis vielen vielen lieben dank für dieses coole bild hat mir auch extremst gut gefallen so und jetzt schauen wir nochmal die auflösung an wer hat hier den ersten platz gemacht und ganz deutlich hat sie hier das wenn mit seinem hafenbild tor zur welt abgehoben mit 73 votings die zumindest in dem voting zeitraum eingegangen sind hat er hier den ersten platz völlig verdient gekriegt und hat halt echt auch wirklich abgeliefert mit einem ganz ganz tollen bild mittlerweile muss ich auch sagen habe ich öfter schon jetzt dieses bild gesehen auch vor allem auf instagram weil es mir einfach neugierig gemacht hat aber keiner hat es geschafft mit diesem gelben bot das bild so mittig geil zentral abzulichten auch dass der mittelpunkt des bildes was den rahmen bildet hat er bunt belassen dieses gelb und das rot und das blau ergänzt sich super gut und außenrum ist alles grau also ich finde es ist sehr sehr kreativ umgesetzt perfekt auch ausgerichtet von der kamera her die linien sind komplett gerade also schaut ich habe hier mega mäßig denn na wie heißt es die hühnerhaut gänsehaut und ich finde es völlig verdient geworden und richtig richtig cool richtig gut gemacht vielen dank sven für diese einsendung ich habe von dir leider kein instagram account da aber ja falls du einen hast machst noch mal mit blende ich den natürlich gerne bei einer der nächsten folgen auch gern mal mit ein also mich freut es echt wenn für dich geht wieder raus ein buch zur landschaftsfotografie ein blasebike und diese kondomhülle ich hole sie mal ganz kurz so damals hier objektivhülle der blasebike von kase jetzt habe ich hier österreich schweiz den reiseführer da oder hamburg bremen niedersachsen jetzt müsstest du mir bitte eine e mail schreiben auf diese info at eichhorn film.com oder eichhorn film at gmail also auf jeden fall auf die unten angegebene e mail adresse von mir welches von den beiden büchern du gerne haben möchtest vielleicht kannst du mit hamburg niedersachsen schleswig holstein mehr anfangen schreiben einfach und dann schicke ich das paket die nächsten tage an dich los das werden wir so machen also ich ermutige euch macht mit nicht wegen dem gewinnen dieses buches sondern eher damit ihr euch weiterentwickelt und euch mit jedem neuen thema der bildkomposition beschäftigt draußen so und jetzt komme ich zur nächsten schweinerei denn es geht um das nächste thema thema nummer sechs und zwar was viele gefordert haben ist das thema spiegelung aber ihr werdet ja nicht hier bei der bam challenge wenn es nur eine reine spiegelung wäre kombinieren das spiegelung ohne gewässer und das wird jetzt eine herausforderung freunde weil hintergrund ist sehr sehr viele leute haben schon am weyer am meer am see fotografiert und da spiegelungen eingefangen das ist relativ easy ich möchte jetzt aber von euch dass ihr raus geht in den nächsten zwei wochen und da eine spiegelung anfertigt ohne ein gewässer ihr könnt euch meinetwegen gerne mit einer pfütze beschäftigen weil diese art der fotografie macht auch richtig spaß mehr haben april da solltest du schon noch mal ordentlich regnen oder beschäftigt euch mit glasflächen also mit glas in der stadt zum beispiel oder nutzt es einfach mal euer auto zu polieren da könnt ihr auch im autolack coole coole sachen fotografieren also so in der spiegelung ich zeige euch mal am besten anhand eines beispiels aus meinem aktuellen video projekt in münchen wo ich die allerbesten spots in einem video gesammelt euch bald präsentieren kann was ich mit spiegelungen so meine ich war nämlich da beim adrc hauptgebäude und habe damit mit der glas fassade gespiegelt schaut sie mal an kommt mal mit ich zeige euch wie ich das hier mache und zwar nehme hier zum beispiel einfach die glasscheibe als spiegelelement und erreicht damit dass sich der turm hier wirklich eins zu eins hier im glas spiegelt super phototypieren münchen ich bin jetzt hier auch auf 16 mm macht alles aus der hand und nehmen die kammer ganz nahe glas scheibe an zeit kreativ geht in der nacht raus oder am tag aus es ergeben sich so wahnsinnig viele möglichkeiten und ihr lernt mit jeder aktion dazu ich habe sogar auch schon mal bilder gemacht dadurch in der nacht war es allerdings dadurch mein handy auf das objektiv draufgelegt oder unter das objektiv und konnte da echt auch einen schönen shot fotografieren und habe die display spiegelung einfach genommen von meinem motiv also das geht auch seid kreativ schaut euch an was ihr machen könnt macht die bilder aber bitte draußen geht raus mit der kamera macht die bilder nicht irgendwo zu hause sondern geht echt raus bei tag oder bei dunkelheit und sucht nach möglichkeiten wie eine coole spiegelung einfangen könnt aber ohne gewässer ohne see ohne fluss das ist die neue challenge und ich glaube mal diese herausforderung ist richtig richtig groß ja dass da nicht 200 oder 300 bilder eingesendet werden ich kann es mir nicht vorstellen aber ich hoffe natürlich dass zahlreich zahlreiche bilder nicht geschickt werden ihr werdet auch wieder unten der video beschreibung sehen wie ihr mitmachen könnt es läuft eigentlich immer nach dem selben style ab bitte nur in diesem zeitraum fotografieren schickt diese bilder mit einer kurzen info wo das bild entstanden ist per e mail an mich steht alles in der video beschreibung liebe freunde und ja bitte keine archiv fotos weil die werde ich nicht bringen die entsprechen nicht dieser challenge nummer sechs spiegelung ohne gewässer vielen lieben dank freunde dass ihr hier wieder mit zugeschaut habt und denkt dran ihr seid hier die hauptpersonen ihr haltet dieses coole format am laufen ihr inspiriert andere fotografen ich werde auch in der nächsten challenge wieder die instagram accounts einblenden damit ihr follower bekommt damit ihr euch untereinander vernetzt also ihr seid die raketen ihr macht ihr mit bei der bam challenge liebe freunde ich freue mich auf die nächste folge und dann sehen wir uns bald bald wieder bitte schätzt meine arbeit wert abonniert den kanal wenn ihr es noch nicht gemacht habt das macht einen riesenunterschied oder kommentiert auch gerne meine videos die helfen mir um weiter zu wachsen um solche folgen noch öfter dieses jahr bringen zu können bei bayern schöne grüße vom abersee euer sie